Wir alle haben im Leben mehrere verschiedene Lebensphasen. Irgendwann nach dem Erwachsensein kommt die Bindung, vielleicht die Hochzeit und die Familienplanung. Und schon sollte man gemeinsam definieren, was ist einem wichtig, in welche Richtung sind die Prioritäten. Und Schicksalsschläge hoffen wir alle zu vermeiden. Aber auch dann gilt es, andere Richtungen, andere Wege vielleicht einzuschlagen. Und spätestens im sogenannten Ruhestand oder in der zeitlich vorweggezogenen zweiten Lebensphase ist es wieder wichtig, eine gewisse Neuausrichtung vorzunehmen. Letztendlich, egal in welcher Lebensphase du bist, geht es darum, Klarheit zu schaffen. Was möchtest du? Was gehört dazu? Und vielleicht auch noch einmal genauer hinzugucken, wo hast du deine Stärken? Welche Prioritäten sind dir für die Zukunft wichtig? Ideen und Anleitungen, wie du all das erreichst, findest du in meinem Buch Du bist der Regisseur deines Lebens. Und wenn es auch dir, wie so vielen meiner Seminarteilnehmer und Lesern, hilft, dann empfiehle es all denen weiter, die dir wichtig sind. Alles Gute für die Zukunft!